Was passiert hier gerade? Die Polizei droht gerade damit, die Versammlung hier aufzulösen. Das geht natürlich nicht. Wir befinden uns meiner Meinung nach auch gar nicht mehr im Artikel 8 und im Versammlungsrecht, sondern Artikel 20 Absatz 4, nämlich das Recht auf Widerstand. Denn hier soll ganz klar die demokratische Grundordnung beseitigt werden, meiner Meinung nach, mit dem heutigen Gesetz, was durchgewunken werden soll, der 28b, der dem Infektionsschutzgesetz angefügt werden soll. Ja, und das geht nicht. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht auflösen. Es sind heute mehrere Demonstrationen angemeldet worden, die dann auch im Nachhinein untersagt wurden. Was sagst du dazu? Ja, das ist alles, also ich meine, wenn man sich das Polizeiaufgebot anschaut, und wenn man ein bisschen die ganzen Sitzungen im Bundestag verfolgt hat, weiß man, das hat hier mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Das ist echt eine Schande, das ist peinlich. Da muss man sich einfach fremdschämen, auch für die ganzen Polizisten, die heute hier sind, die nicht begreifen, worum es geht, meiner Meinung nach. Und ja, also das ist unfassbar. Also ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Vor allen Dingen, das sind ja auch Menschen, die haben Familien zu Hause, haben auch Kinder zu Hause. Und wir stehen ja heute hier für die gesamte Menschheitsfamilie, da ist ja keiner ausgenommen. Und ich hätte mir gewünscht, dass hier die Polizei heute sagt, wir machen Urlaub, wir kommen nicht zur Arbeit, ja, und einfach mal einen Tag alles bleiben lässt, weil dann hätten wir es durch, ja. Also du glaubst, dass auch heute das Infektionsgesetz, also die Änderungen durchgewunken werden? Ich fürchte ja, ich fürchte ja. Und ich weiß nicht mehr genau, wer jetzt letztens ein Video auch nochmal rumgeschickt hatte und gesagt hatte, es wurde im Bundestag ganz klar die Frage gestellt, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage auch diese 100-Tage-Inzidenz entschieden wird und auf welcher wissenschaftlichen Grundlage überhaupt auch der 28b und das gesamte Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde. Und da hat man ganz klar gesagt, es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Also dieser Inzidenzwert von 100 ist total willkürlich? Es ist total willkürlich. Wir stellen hier immer wieder fest, es ist ein Politikum, es geht nicht um Wissenschaft, es geht nicht darum, die Bevölkerung zu schützen. Und ich bin immer noch dafür, dass wir Risikogruppen weiterhin schützen und auch da helfen, dass die Menschen Hilfe bekommen beim Einkaufen etc., dass sie auch nicht vor die Tür müssen, wenn sie es nicht unbedingt wollen. Aber deswegen darf man halt die ganzen gesunden Menschen nicht einsperren. Es geht immer wieder um Verhältnismäßigkeit und das alles hier ist sehr unverhältnismäßig. Es ist nicht wichtig, einen Kompromiss zu finden zwischen den Leuten, die auch wirklich schon betroffen gewesen sind und denen, die jetzt regelroß alle Maßnahmen ablehnen. Es ist unbedingt wichtig, einen Kompromiss zu finden, aber es scheint mir, als würde es hier keine Möglichkeit eines Kompromisses geben. Der Kompromiss wäre ja, dass man sagt, die Menschen, die sich impfen wollen und Masken tragen wollen, die sollen das tun und die anderen eben nicht. Aber da wird auch nichts angeboten seitens der Politik, was Kompromisse angeht. Es ist keine Kompromissbereitschaft da und ich muss immer wieder auch sagen, mich irritiert das. Ich hätte mir auch am Anfang gewünscht, also am Anfang vom letzten Jahr, wo man merkte, dass das hier auch rüberkommt zu uns nach Deutschland, sondern dass die Bevölkerung es einem wert ist, dass man die besten Wissenschaftler zusammenholt und an einen Tisch setzt und vereint und dann Entscheidungen gemeinsam trifft. Aber auch da fehlt mir der Diskurs. Also mehr Dialog. Also das ist jetzt ja sehr autoritär, was jetzt gerade abläuft. Viel mehr Dialog, viel mehr Transparenz auch seitens der Regierung und vor allen Dingen auch in den Dialog gehen mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil schlussendlich betrifft es uns ja alle und ich habe das Gefühl, wir werden da komplett ausgeblendet und übergangen und ich wünsche mir auf jeden Fall Dialog, ich wünsche mir Kompromisse und ich wünsche mir, dass man diese Maßnahmen nicht pauschal auf die gesamte Bevölkerung anwendet, denn die Bildung der Kinder ist hier ja auch mit in Gefahr und die Gesundheit vieler Menschen, vor allen Dingen die psychische Gesundheit mittlerweile ist bedroht und das geht so nicht weiter. Und es ist ja eigentlich so, dass jetzt durch diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes die autoritären Maßnahmen noch weiter verstärkt werden. Ja genau, also auch das entbehrt finde ich jeder Grundlage. Vor allen Dingen, warum muss es dahingehend eine Änderung geben, dass jetzt über die Landeschefs hinweg entschieden werden darf seitens der Kanzlerin. Das ist zu viel Macht für eine Person, das ist nie gut. Das ist nicht nur autoritär, das ist für mich schon auf jeden Fall auch totalitär. Und das nimmt hier Züge an, die nach Faschismus riechen für mich und das wollen wir natürlich nicht. Wir müssen ja auch die Demokratie schützen, die demokratische Grundordnung und die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Was glaubst du, wie viele Leute werden denn heute dabei sein? Schwer zu sagen, wie viele vielleicht auch noch feststecken und unterwegs sind. Ich denke, es wird sich im Laufe des Tages auf jeden Fall noch füllen, die Versammlung. Und das ist ganz schwer abzuschätzen. Aber ich würde mir wünschen, dass es deutlich mehr Menschen wären. Also ich denke, das ist hier so prekär und so wichtig, dass das hätten noch viel mehr Menschen sein müssen. Also ich glaube, die Polizei hat für heute mit etwa 10.000 Leuten gerechnet. Ja, also ich meine sogar 20.000. Das kann ich jetzt, wie gesagt, schwer abschätzen. Die haben wir, glaube ich, im Moment nicht. Aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es nicht noch mehr Menschen heute werden. Okay, dann viel Erfolg und besten Dank. Dankeschön. Danke an alle.